Hallo und Herzlich Willkommen bei der nächsten Bühne von Poly Bridge. Wir sind jetzt hier angekommen bei dieser ganz langen Brücke. Wie viele Straßen habe ich? Unendlich Straßen. Ich brauche mal ein bisschen weg hier, damit wir auch alles sehen. So, da haben wir jetzt schon mal. Genau. So, dann machen wir mal hier Holz-Stahl-Trikasse. Drei Stück habe ich noch. Oh, 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 oh. Ich habe hier diese langen Stäbe. Langstäbe? Naja, okay. Wenn ich eine... Wie viel habe ich davon? Drei? Ach, habe ich doch gerade gesagt. Drei. Unendlich habe ich. Ach, Mensch. Davon sind nur drei. Weil die gehen noch über das Ganze. Dann kann ich uns sagen, zwei mal. Oh, ich komm. Warten, warum sind die so kurz? Was? Ja. Machen wir mal da einmal. Ja, machen wir mal da. Ja. Das wird jetzt die Golden Gate Bridge. 84.000 habe ich zur Verfügung. Ich denke mal, das kann ich bestimmt schaffen. Na ja, das muss ich ja mal schaffen. 84.000. Aber das könnte ich auch mit dem Holz hier eigentlich machen. Aber Holz ist nicht so stabil. Pff. Nee, nee. Machen wir lieber hier oben so Holz rein. Und da ein bisschen. Holz, Holz. Ja. Ich nerf habe ich drei Stück. Mach mal hier mal ein rein. Geht da nicht straffer? Ist ja ätzend. Mach hier ein rein. Och, Mensch. Das sieht so edel aus. Und hier. So. Jetzt nehmen wir die Drahtzeile. So. 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 Mmh. Das sieht so schön nice aus. Wie gesagt, die Golden Gate Bridge soll das wert. Das ist immer noch so interessant gewesen, weil. Hier, da haben wir jetzt die Golden Gate Bridge, denke ich mal, aber ob das so hält? Ah, nicht ganz, so ein ganz bisschen rot gewesen. Hau, 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 hau. Nein, war das alles hier weg? Das weg. Wollen wir da noch? Der weg? Nein, nein. Der Hand weg. Ich denke mal, die Mittelkirche ist okay. Doch, was? Nein, doch, das war's. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Was mache ich denn da jetzt? Was mache ich denn da? Na, wir müssen ja ranzquallen. So, aber hier ein Dreieck. Hup, einmal rüber und dann drüber aber das Gleiche, nee. Muss ja immer identisch aussehen. Ja, 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 sieht doch schon schön aus. Damit kracht das zusammen. Oh. Na dann, wenn er damit zusammen kracht, müssen wir mal her so. WTF. Ich hatte unendlich da, warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Das geht. Oh. Oh. Na gut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, cool. Okay. Der kracht immer noch in der Mitte zusammen. Da muss ich was anderes in der Mitte machen. Aber was nur, aber was nur. Das war doch eigentlich gut. Mensch. Das gefiel mir so schön. Ah. Jetzt lösche ich da hinten die Sachen. Ähm. Da war noch Holzbein inzwischen. Davon haben wir nur eins. Ähm. Okay. Perfekt. So. Okay. Perfekt. Dann machen wir da drunter auch ein bisschen Holz. Holz. Darf nie fehlen bei einer Brücke. Ganz wichtig. Oh, der nimmt man gleich weg da. Oh, der sieht aber nicht so schön aus. Nicht so gerade. Da müssen wir ein bisschen alles einsacken. Woll. Dann noch links. Woll. Ja. Dann ist das schön. Ja. Jetzt können wir den Bächt nehmen. Und dann geht es hier weiter mit drei Häcken. Ba, 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 ba. So. Das hält jetzt. Oh. Ah. Mitten in der Mitte. Immer noch. Immer noch. Was mache ich dann? Was mache ich dann? Warte mal. Ah. Jetzt habe ich dein Draht. Oh. ein Kabel gelöscht. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Na ja. Geh nicht. Dann machen wir mal so was da. Einfach. Vielleicht hält das ja auch. Oh. Nein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Aber jetzt. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ach Mensch. Ist fein. So. 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 Oh, da ist Rott. Rott. Okay. Ich habe die eine Rottestelle gesetzt. Das war die Rottestelle. So was tun wir auch noch ein bisschen. Ah. Budget ist zu viel. Na gut. Dann löschen wir mal. Und die drei weg. Immer noch so viel. Und die drei. Okay. Oh. Das Auto ist zu schwer Mensch. Kann ich einen Trabi nehmen? Ah. Mensch. Jetzt sind wir hier weggebrochen. Nehmen wir den mal weg. Oh, das ist jetzt schon rot. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber das haben wir der aufgemessenen. Oh, das ist schon mal weg. Dann musst du die noch wegnehmen. Oh nein. 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 Aber dazu, warte mal, müsste ich alle ein bisschen weiter nach links schieben. Ja, 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 jetzt müsste passen. Alles gleich zur anderen Richtung. Jetzt aber. Achtung! Außen! Nein! Das kann doch nicht mehr sein. Das war doch schon so knapp dran. Ich glaube, wir hier oben übrig nicht. Woher, 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 woher. Na, super, ja. Oh ja, nur zwei, zwei. Okay, ja, wir waren auch links. Einfach die Firma hoch. So. Jetzt wird noch mal rot. Das kann doch nicht wahr sein. So. Also unten gehe ich zu stabilisieren. Stabilisieren. Dann vielleicht oben. So. 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 Mensch, warum müssen wir das schon wieder so teuer haben? Ich weiß es nicht. Machen wir erst mal die Seite noch fertig. Machen wir erst mal die Seite noch fertig. So. 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 Jetzt muss ich noch die reich nehmen. Oh, es hat geklappt, es hat geklappt, oh nice, nice, so, zunächst, oh, der Double Jump, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf.